herzlich willkommen leute zu einem video zu dem spiel rogue company der neueste 4 gegen 4 third person taktik shooter von high res studios nach smite und paladins und auch realm royal erwartet uns nun rogue company ihr seht oben links handelt sich um ein werbevideo bedeutet ihr findet den link und der video beschreibung schaut euch das ganze auf jeden fall mal an solltet ihr es im epic game store kaufen dann könnt ihr auch den creator code daloo karten nutzen um mich zu unterstützen wir zeigen euch wie gesagt gleich ein schickes ründchen mit dadurch mit gp mit items und natürlich auch mit mir ich zeige euch aber ganz kurz was es hier so alles gibt ich bin mittlerweile schon level 16 wir haben den stream schon gegrindet und auch heute gab es ein stream vielleicht wart ihr mit dabei oder vielleicht sind wir noch live ich weiß es nicht könnt gerne mal rumschauen auf jeden fall rogue company ein 4 gegen 4 taktik shooter mit unterschiedlichen charakteren die man sowohl im angriff als in der verteidigung wechseln kann bedeutet man kann sein setup individuell anpassen es gibt mittlerweile sieben maps oder schon sieben maps dafür dass es erst vor zwei tagen los ging ist das eigentlich schon ziemlich beeindruckend und es macht wirklich viel spaß ich bin gleich gespannt was ihr zu dem gameplay sagen werdet denn wir sind taktik schon ganz weit oben und es fühlt sich an wie ein typisches high res spiel also mir macht es sehr viel spaß ich habe mich super unterhalten gefühlt wir haben den stream länger gemacht als wir geplant haben und wir haben direkt theoretisch noch einen zweiten stream hinten dran gehangen weil wir momentan wirklich bock haben zu zocken deswegen link in der video beschreibung checken wenn ihr vorbestellen solltet beziehungsweise euch zugang kaufen solltet nutzt den creator code dalukat und wenn ihr erst mal auf die free to play version zurückgreifen wollt die wahrscheinlich auch dann bald released wird so ist es ja bei hero studio spielen immer dann könnt ihr theoretisch auch live stream schauen zum beispiel auch mein und wenn ihr dort euren account verbunden habt könnt ihr bei mir im streamen drop bekommen um zugang zu dem spiel zu erhalten das haben natürlich auch noch andere creator also schaltet gerne da mal ein beziehungsweise schaut euch gerne mal um jetzt zeige ich einmal kurz den cinematic denn den fand ich wirklich schön und lustig und bildet euch danach gerne eure eigene meinung mit unserem fantastischen gameplay aber schaut euch jetzt mit dem trailer an ihr findet natürlich unten auch timestamps falls ihr das skippen möchtet und ansonsten video beschreibung abchecken jetzt viel spaß haben im stream vorbeischauen und mal schauen was für die tage noch so machen zum Beispiel no you can't use the bathroom and no we don't have wi-fi we here you carry only finest merchandise Willkommen in E-7, home to the world's most exclusive collection of top-tiered munitions. So, how can I help you? I'm looking to make a statement. Mission accomplished. Oh, but you're here to accessorize. The P-12K works with any ensemble. That's like the mom genes of guns. Statement, remember? Right. Something more street-style, then. The Arbiter is in season. Kind of limiting. Perhaps something from our high-volume line. Nope. The fully customizable Mamba AC rifle, side-folding polymer stock, pre-floated mil-spec barrel, advanced dual-beam laser sight, the perfect tactical weapon. Too many plastic parts. Ah, glasses will check it. Ronin, it's time to go. Shall I wrap that up for you? Nah, I'll wear it out. I... excuse me, ma'am, you overpaid. The extra's for the door. You should duck. Hang on overателя is her. I'm not gonna do anything. No stay sorry. Hold the ! Down. Alright, here, this... Go! Go! Alright, here. Hehehehe. Sordos, goodbye. Think of money we'll save on ammo. Mhm. Okay, we did your store. Now we do mine. Alright. Samiko Sushi, here we go. das haben wir an wir greifen an auf kanäle attacke da bin ich doch dann nehme ich doch talon also damit unsere strad auf der map ja lass uns hier beide wurfmesser in diesen eingang schmeißen dadurch das aufdecken und ein explodierendes da in diesem türraum wenn wir gehen aber die mal wo ich immer mein aufdeck eingesetzt habe damit weiß uns keiner damit kommen sie die gangster an der rede ich bin aber auch attaktiv ja stimmt schon sieht schon gut aus und so das ist metrosexuell ich bin ein bisschen krass meinst du ist okay magazin grüße ist wichtiger ich bin happy den gibt es bestimmt später mit skins in anderen gesichtern also mit einem traurigen oder so einem wütenden ja oder zunge raus meine ja hier wenn wir jetzt hier angehen und dann rechts in den also rechts ich werfe das ding jetzt hier zack und du dein star auch hin weil dann werden die aufgedeckt und sterben sofort ich bin offenbar ja du bist der nächste an dellis ja der ist dann hier schon mal in der in dem container ist der backstab musste nicht decken ja wunder wenn du mir auch in dem container hier zwei names vom rhein weil sie ja abgefressen einer daumen er ist nicht da und erst nicht gelogen jetzt haben wir noch dass mich durch dass mich durch ich bin noch mehr noch mehr von rechts und phantom sind beide hier ja rechts in einem container pass auf ultranet kommt einer daumen hat ein ding hat zwei dinger also so dass du so nah wie möglich in der box dran bist damit ich da nicht auch auf eben aufheben gibt noch cash wahrscheinlich ja gibt cash das machen bis sie einmal den backstab versuchen dann können wir das neu positionieren ich habe übrigens wenn wir uns alle nicht offenbaren lassen geht das ich kann es zum beispiel mit dem nicht holen nur mit weiter kann es auch nicht mit weib ja die hat gift ja ja ist okay ist okay schön hier landen und ich gehe gleich rüber ja mach mal wieder hier es geht drei jahre ja egal das trotzdem wenigstens im backstab treffen und dann können wir trotzdem noch umrotieren wieder im korn also wieder in diesem in diesem container da rechts gehen wir diesmal nicht runter ja wirklich oh ich habe einen header kassiert ist der gepusht ja nicht den backstab halten sonst rennen die da nicht rein ja ich bin halt noch hier ich kann halt nicht einfach sterben du bist geheilt sniper down ist das explodiert hinter dir da ja der ist explodiert glaube ich ich glaube du hast ihn gekillt damit hier ist der letzte bei mir ist egal ich glaube wirklich du hast ihn mit der nade geholt ich habe aber gleichzeitig jemanden mit der nade getötet ne meins blickt hier noch ach schade dann hätte ich den reinlassen können ja jetzt können wir ja eigentlich mal rechts lang gehen dann die mitte diesmal deffen also wir gehen B und dadurch minen die mitte wieder weg ja also diesmal ja die sei wir gehen trotzdem von aber machen von anderen seiten aber sagen vor a runtersprung wir springen auf schiff und da muss dann die mine hin also der 200 mark von mir er checkt ja am anfang ich habe ja selbst drin ich gehe mal ich halte dann hier kurz noch mal den lurk vorne also der kann mich ja nicht scannen ja 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 der wird ein von uns hinten halt aber ich glaube ich habe einen längeren weg genommen als dadurch du bist schon da ne wo soll ich den hin so dass halt wenn er rechts abbiegen will dass er den abdreht und hier ich habe meinen ding da schon geworfen ja ich habe meins hier an no exit door gemacht aber ich glaube das sieht er aber ja hier vor und hinter der wand ist frei ist frei ist frei ja da ist keiner zum hacken kann ja den radios sehen ich habe meins auf deinem rauf gemacht ja der der die ecke ist interessant wenn die erhalten kann dafür nicht jetzt auch keiner hatte dadurch ich kann theoretisch mit checken ich glaube direkt neben dir direkt neben dir ist auf jeden fall frei und die bombe leute uns in der base ich bin hier ja also ich bin jetzt ein paar buden verteilt er ist im tod gesprungen freiwillig ich habe mich angeguckt ja ich dachte das stimmt man halt und dann schwimmt da oder sie und guckt mich an nochmal den arm wieder dicht machen also a ist dann theoretisch nicht nur dass wir den backstab halten von b aus naja müsste eben nicht den backstab halten einfach durchgehen und den backstab hoffen genau ja damit wir mit vier leuten in spot angreifen können und von hinten würden wir ein dauerung er ist rechts in der wand hier close glaube ich ja habe ihn auf jeden fall erwischt hat jetzt ist es einfach auch die lebt wieder er ist raus hier und hier hier rechts ist die man immer noch einer dauerung dass ich bei denen der bestehmer ist immer noch recht in der ecke let's letzte das habe ich noch gar nicht mitgekriegt dass er super op ja mein 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 das ist ein sonar theoretisch ich muss den heck gar nicht beauftragen ich kann das einfach in die hand nehmen und sehe dann in dem umkreis ja außerhalb die die sich nicht ja sie ist aber auch gedauerte weil ich habe den links ich hatte ich noch nicht mitbekommen dass der dauerndem hatte ich gedauert noch mal das war gut ja ich würde auch noch mal sagen kann man den backstab aber nicht halten weil wir haben doch 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 pass auf damit wenn sie ihn hier ja jetzt denkst du hahaha aber einer mitte unmittelbar hier mich da zwei stück beim blauen machen übrigens ein unglaublich krassen spot bei der blauen markas er pusht hier bei mir draußen low ab ich habe ich habe ihn ja noch einer hinter zeit da 2 alle da ich habe ich noch die genossen ok jetzt können wir eigentlich dann in spot wechseln dann ich mache könnten after plan c4 machen glaube ich okay was ich finde waffe hatte also ich würde ich sage jetzt mal hdr dmr ja so ein ich mache jetzt trotzdem bei a wieder meinen meinen links bums weil von anderen seite wird das nicht checken hatte ich check oben oben ist direkt frei direkt an rechts bin offenbar dallas kommt ist in unserer range ist rechts vor uns er muss rechts von dir ja 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 er schon hier zwischen uns bin da ich bin da die super low hier bei mir direkt auf meiner leiche ich habe die bombe kommt auch ich habe dallas ich habe dallas ja die ist immer noch auf meine leiche gewesen der phantom ist auf der leiche ja auf der bombe quasi vision kommt der heiler ist auch hier ich habe den gehackt dafür musste ich heilen ok hast du gesehen ich kam nicht zur bombe nein nein so wie schade gut das war die es war die 42 wechsel egal vier tecker ich glaube das war gut und wer schick gewesen snipe an wir mal rein es sieht doch auch eigentlich nicht schlecht aus wir haben auch den drohnen hier lassen keine gespielt hat denn denn der ist dann anlass oder dadurch einer elf geht es da los macht auch ganz wild ich muss mich anstrengen der eine stand auf dem kran und ich glaube er ist darauf gelandet die standen hier drauf oder nicht das kann auch sein jajajaja das ist das ist das ist das ist ein unglaublich guter spot was machen wir 2 1 ich gehe mal mehr mit A 2 1 1 willst du alleine A machen ja ich kann den spotten also ich sag dir wenn was ist ja 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 hier ist auch okay dann bleibe ich ich bleibe im container ziemlich weit hinten ich habe auch noch einen nate mitte steppt noch mir war der heiler der wird ja sicher nicht alleine rumrennen ja ich bin aber leider gejagt noch mehr der heiler der heiler ja die fans ist noch hier sind beide noch hier hinten bei mir ja ich will nicht mehr ja jetzt haben wir eigentlich zeit items auch tot ja ich bin down down ja 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 das spielst du zweit oder bist du immer auf b auf b ja ich hab ein headshot die sieht aus wie du aber ausnehmen oben hier jetzt runter gesprungen links jetzt runter gesprungen links defuse du mal ab 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 habe ich gehört die flächen sind als last resort wirklich nicht schlecht weil die die max habt ja auch noch verringern äh genau das ist der rote balken den sie hatte sie konnte sich nicht hochheilen also nicht nicht auf 100 prozent keine ahnung 90 ap oder so aber das macht einen kleinen unterschied von der waffel kann das genau ein hit sein ja die machen wir das jetzt ich komme direkt erstmal noch mit euren spot und macht da wieder meinen stift dran dann können sie nämlich nicht auf der main hall richtig raus so viel ich weiß das also im gran landen hier auf dem roten finde ich nicht möglich ja das ne da stand auch ey wo doch da könnte ich landen ich bin durchgeflogen fuck ich bin außerhalb der map ja ich bin so gut wie tot ich bin außerhalb der map weil ich es versucht habe das kommt davon oh ich wurde hochgeportet nett ja hierbei war wieder wer drin also ich glaube es war er ist runter zwei rechts zwei rechts zwei rechts da dicke buden ja ich kann nichts machen ich bin tot kannst du doch drohen vorher ja dadurch stand drohen der andere wird aufgehoben gerade rechte seite ab mein schön immer noch rechts beide rechts beide rechts bei mir rechts außen ja lass sie sonst raus kommen er ist eine kiste ja ja das ist eine kiste bei mir wird die kiste nicht gerendert auch schön 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 sehr gut wenn du auf dem kram an dem kreis wahrscheinlich ja okay das war gut diesmal gehe ich auf dem spot nicht ins wasser also die zeit ist runter getickt und du wirst es hochkonferenz oder was wenn du also es gab außen dem ding wo ich irgendwie zehn sekunden oder 15 sekunden hatte sobald ich ein bisschen näher dran kam kam dass ich in fünf minuten fünf sekunden irgendwas passiert und als sie abgelaufen waren wurde ich hochgepasst das aber nicht gute lösung die verteilen sich das erste mal dass sie jetzt nicht irgendwie in einem bulk fliegen ja aber die kamen mit thema gelockt ich kann muss mit erhalten ich kann mich jetzt noch ja einer ist richtung gelaufen gelaufen bei mir schon extra spot ich komme zurück du bist alleine gerade kann sich auf ihm direkt die kommt direkt recht push recht push nein hinter der kiste einer p jetzt kommt er wieder mitte ja du musst dann wenn mitte rutschen glaube ich das besser noch mal hier war ein gegner das ist der der mich gekillt war der ja lasst ihn liegen dass wir haben mit russen nicht finden okay kommt von jungs ein wünsche noch also ich habe auf jeden fall können wenn ich einen anschieße wird er aufgelegt das heißt ich kann ab jetzt mit smokes eigentlich spielen also mit meiner nade was mache ich denn jetzt dann noch als zwei das ja dann war jetzt die guten kugel rein ein anderer müsste vielleicht von a sport spielen damit ich eine größere distanz ab weil sonst überrennen mich mit der sniper sonst wenn wer anderes auf den sport geht ja ich gehe auf den spot dann kann ich halt wirklich von dieser kiste hier dürfen wir da rechts ich habe hier die sniper in der mitte dass er nicht rein kann oder weil dann kann ich stehen da ist einer drin ich habe dich noch einer push die push sorry ich dafür man kann die aufgehoben werden kann sie nicht im wasser haben wir leider geopfert aber ist ja trotzdem straight auf dich gehabt hat mich gar nicht gesehen das ist gar nicht gecheckt da ist auf jeden fall ein schickes ründchen dadurch glaube ich 18 kills hat der gewinnt hat der im stream nie geschafft ja das muss mir anstrengen lasst auf jeden fall gerne ein like da schaut es euch einfach mal an links in der video beschreibung schaut bei gipi einem sind dadurch vorbei bis zum nächsten mal macht's gut tschau